einen wundervollen guten tag meine lieben zuschauer und seid herzlich willkommen zu einem neuen boom beach video und ich bedanke mich erst mal dass du eingeschaltet hast und was wir heute machen werden das siehst du nach dem intro bis gleich so ich habe da unten eine zwei stehen unten rechts das heißt dass ich zwei neue gegner habe und das ist doch schon mal wunderbar ja das ausgebaute ist jetzt fertig der turm habe ich ja letztes mal ausgebaut soweit ich mich erinnere und das wohngebäude baue ich jetzt noch nicht aus weil guckt mal auf mein geld ja ihr denkt so hä warum hast du so viel kohle jetzt liegt daran dass hier bei der händlerin immer gold gezogen habe und dann musste sich das hier zwangsweise stapeln ich kann zwar eigentlich nicht so viel lagern aber ja hier das lag kapazität aber es musste sich ja irgendwo hin stapeln und deswegen ja ich bau den jetzt einfach mal aus so jetzt kann ich nämlich gerade gar nichts mehr annehmen so warte mal lieber das dunkle fragment so ja ich habe vor wieder ein bisschen anzugreifen so ich möchte einen noch eine ressourcen base wieder haben so hier okay werde mal eins ende jetzt ob ja gut wir haben uns fehlen 222 ressourcen inseln haben wir okay dann schauen wir mal ein moment wieso ist eine insel kommen wir die mal direkt ja die greifen wir direkt ein bisschen die auf dauer schießen die deppen da wird das sein kaputt bis dem sie und uns ja letztendlich nicht ja das ging ja wirklich schnell also so habe ich mir das tatsächlich ja da vorgestellt weil die mal war weg wenn das hauptgebäude steht ist natürlich schon blöd die dinger nicht dahinten aufzustellen haben wir auf jeden fall schon mal eine ressourcen base das ist doch schon mal wirklich gut dass das problem ist halt dass wir sie nicht ausnutzen können so wirklich das ist halt das ist mich ärgert das ist halt wirklich doof können halt die ganzen teile leider nicht nutzen so warte mal wie viel haben wir denn verloren macht die mal ruhig ist mir zwei minuten das ist jetzt hier keine große sache was geht denn hier ist das ding ist das ding hier geste schon etwas schwerer das ist ja eigentlich die source verteidigt ressourcen base verloren angucken eigentlich ich gucke mir das mal an das ist das toll ja gut alles klar richtig schön niedergemetzelt ja gut jetzt ist klar wie es abläuft okay easy abziehen mal hier so easy die ganze farmwerfer typis das ist denke ich mal das haupthaus also im prinzip ja wenn wir von hier oben wenn wir hier oben hinkommen dann können wir nach und nach eigentlich angreifen aber das mache ich nicht ganz bestimmt nicht das ist ja auch mal eine sache eine schöne sache ist das ich schau dann jetzt mal den hier können wir erstmal einen neuen gegner machen das brauchen wir nicht genau da kommt dann in sie mal gut ich sage jetzt mal so viel auf dem kasten hat er jetzt nicht wirklich hier ist eine waffe hier 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 wir müssen nur jeniglich wird das vorne wegkriegen dass wir hier angreifen können ich denke dann hätten wir es auf jeden fall würde ich hier mit den trocken langlaufen dass wir dann von hier so durchdrehen der hier müsste und wenn wir hier stehen ja gar nicht erreichen können weniglich sind nur die hier das problem ja ich denke das versuchen wir doch jetzt mal fertig ne genau die sind auch fertig wir das jetzt wenigstens mal versuchen ja weil es ist dann doch der letzte kampf für diese folge ja so so ich hoffe dass mein plan aufgeht aber sowas von so genau so habe ich mir das vorgestellt nice genau jetzt können sie das noch bequem angreifen die halbe noch mal ein bisschen da ist das auch richtig wunderbar das hat auch richtig gut geklappt richtig nice wieder nur zwei verluste damit kann man auf jeden fall leben zu deiner beförderung mein gott glückwunsch zu deiner beförderung corporal nice gefällt mir das finde ich doch sehr cool so sind nur wieder zwei typis ist auf jeden fall in ordnung also ich hatte haben wir es eigentlich hier den die aber warte mal neun gegner wie sieht der dann aus angucken gleiche ausstattung nice ah ist ja wieder der ressourcenbase ja gut dann schauen wir mal was wir auf jeden fall in der nächsten folge machen werden ich hoffe dass es euch natürlich gefallen hat wenn ihr bis hier geschaut habt macht mal hashtag hab ich in die kommentare und ja wir sehen uns dann im nächsten video von boom beach bis dann und ciao bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann